In diesem Video. Oh mein Gott. Jo. Mein Gott, was ist das denn? Nein! Du mieses Stück hast mich darüber geschubst. Ich hasse Gummers. Moin, Freunde, und damit herzlich willkommen wieder zurück zu Mario Luigi. Mario Luigi Galaxy 2. Alles klar, ihr wisst Bescheid. Wir haben beim letzten Mal Welt 1 und 2 abgeschlossen und werden uns heute auf Welt 3 stürzen. Und wie es auch schon angekündigt ist, wird es jetzt wieder sehr, sehr flink vorangehen. Also freut euch drauf auf viele Fails und noch besseren Situationen, die man umgehen muss. Und natürlich beginnen wir gleich mit einem Stern ganz am Anfang. Man hört es ja schon. Oh mein Gott. Ich habe nichts gesagt. Ja, das war pure Absicht natürlich. Ich wollte wieder einmal zeigen, wie gut ich doch in Mario Galaxy geworden bin. Und ich schätze mal, hier oben wird, by the way, der Stern sein. Ich glaube nicht nur, ist er sogar. Sehr nice. Wunderbärchen Stern Nummer 1 im Petto. Ich habe ihn, was ihr seht, meine Freunde. Und zwar ist der nächste grünen Stern hier ganz hinten versteckt. Ich hätte ihn beinahe nicht erkannt. Aber doch, er ist easy einfach in dieser Ecke versteckt. Ist das jetzt nicht dein Ernst, oder? Oh mein Gott. Ist der fies. Also, die Sterne werden immer gemeiner. I do way, Leute. Ich wollte euch nur auch mal sagen, vielen Dank für den krassen Support in letzter Zeit. Ich merke das ja selber, dass das sehr gerne geguckt wird, das Projekt. Und das freut mich natürlich, wenn ich euch damit ein Schmunzeln so gesehen auf den Mund zauberere. Oder ein kleines Lächeln auf den Mund zauberere. Und sowas erfüllt mich halt. Und deswegen mache ich das halt übelst gerne. Und wollte mich einfach mal dafür auch mal bei euch so ein bisschen, ja, eigentlich bedanken. Bedanken dafür, dass ihr da seid. Und dass ihr in meine Videos regelmäßig schaut. Und mich deshalb so sehr unterstützt. Vielen, vielen Dank. Ah. Deswegen möchte ich auch niemals aufhören, die Sterne hier einzusammeln. In diesem wunderbaren Luigi Galaxy. Aber, was ich noch zu erwähnen habe. Mir ist in letzter Zeit ein bisschen was aufgefallen. Kommentartechnisch. Ist jetzt nichts ganz Böses gemeint. Aber ich möchte gerne mal darauf aufsprechen. Oder ansprechen. Dass mir doch in letzter Zeit sehr viele Kommentare aufgefallen sind. Äh, bezüglich. Ähm. Oh Gott. Bezüglich meiner Videos und im Vergleich immer zu, äh, einem anderen YouTuber. Der ja dieses Spiel auch schon mal, oder allgemein auch das gleiche Thema behandelt wie ich. Und ich wollte mich einfach mal davon äußern, dass, äh, ich glaube, beide Seiten nicht allzu zufrieden sind, wenn man damit miteinander vergleicht. Ja, klar. Ähm. Ich finde es einen großen Respekt, dass ihr das so mit mir vergleicht, also mich mit diesem, so gesehen mit dem größeren YouTuber vergleicht. Aber bitte macht euch nicht so viel, denn ich bin immer noch ich und, äh, ich bin halt ein Lost Boy, wie ihr gerade hier seht. Wir kriegen jetzt... Spring doch ab, Bruder. Äh. Äh, lol. Hä, bin ich gerade dumm? Ja, ja, ich bin dumm. Wieso kriegt denn das jetzt nicht hin? Ja, also wie gesagt, äh, äh, ich bin ich. Der gute Domi ist, äh, Domi. Und damit hat sich das so gesehen in dem Thema. Ich finde es schön, wie gesagt, dass ihr mich so ein bisschen in der Hinsicht, äh, supportet. Aber wie gesagt, ich bin halt der Meinung, also ich bin halt sehr zufrieden damit, wenn wir das so handhaben, dass ich halt ich bin. Klar, wie gesagt, das ist halt in dem Sinne schon gut für mich, weil ich halt weiß, okay, in der Hinsicht von Video-Qualität her bin ich recht gut dabei, weil ich tatsächlich natürlich mich ein bisschen mit den größeren inspirieren lasse, oder von den größeren YouTubern inspirieren lasse, aber dennoch, äh, möchte ich nicht zu sehr, wie, äh, die großen YouTuber klingen. Wisst ihr? Ich möchte halt also nicht grundlegend derjenige sein, der Domten nur zum Beispiel 2.0 ist. Nee, 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 möchte ich nicht. Ich bin eher ich, no. Ich würde gerne eher ich noch bleiben. Also nur, damit ihr Bescheid wisst. Ist jetzt nichts Böses gemeint an euch, so, oder an diejenigen, die das hier geschrieben haben, mal. Ich weiß, das ist, wie gesagt, sehr lieb gemeint. Aber ich möchte doch gerne festhalten, dass ich, äh, auch wenn das nett gemeint ist, gerne bei meinem bleibe, also bei mich selber. Ich möchte, wie gesagt, doch gerne der... Oh lol. Äh, der Triss, äh, Christario bleiben, der, der ist... Oh mein Gott, ich muss mich grad sehr hart konzentrieren wegen den Stern da oben. Aber ich hab ihn jetzt gefunden, wo ich landen muss. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst. Seid bitte nicht sauer darüber, dass ich das so, äh, sage. Wie gesagt, ich will halt auch nicht, ähm, hochnitzig Snobby klingen. Aber für mich ist es halt angenehmer, wenn ich, ich weiß, ich bin eke. Aber ich mach schon mal die richtige Sache. Wisst ihr? Ich geh schon mal in die richtige Richtung, von der Qualität der Videos her. Und das ist schon ein großes Dankeschön wert. Und wie gesagt, das war für mich halt jetzt wichtig, euch das, äh, auch, äh, bei Wort zu sagen. Weil, äh, wie gesagt, gilt mal das zu schreiben oder so, wäre halt dann auch ein bisschen zu stressig. Deswegen sag ich das jetzt mal hier in dem Video, dass, äh, das bitte, wie gesagt, aufgepasst werden sollte. Wie ich halt, ich bin und nicht halt irgendjemand anderen nachmachen möchte. Auch wenn der Content natürlich ähnlich ist. Aber ich lasse mich ja von mehreren inspirieren. Tatsächlich nicht nur von, äh, dem besagten Doktender, sondern auch zum Beispiel von, vielleicht für diejenigen, die es nicht kennen, von dem guten Hübschrauber. Oder auch Hübi. Eigentlich hat der ja nur den Hauptkanal Hübi, aber, äh, Hübschrauber ist das, was ich eigentlich 90% konsumiere. Und da ich ja wie so nur Let's Play schaue, ähm, oder Let's Play Arting Content schaue, gucke ich mich natürlich bei den Leuten am meisten ab, um halt zu wissen, okay, was kann man jetzt wie gut handhaben. Außer Thumbnaids. Die Klobe Thumbnaids habe ich schon, äh, von selbst aus irgendwie so ein bisschen kreiert. LOL! Da oben soll ich... Ah, ja. Obwohl, ich muss gerade zugeben, die Thumbnaid hat es doch tatsächlich inspiriert. Aber nicht nur von den beiden, die ich jetzt hier aufgezählt habe, sondern von vielen weiteren, weil ich mir das Beste immer herauszubebe, was halt, äh, sehr gut wirkt und was ich halt sehr gerne mag. Und dementsprechend habe ich das dadurch, äh, mich das createn lassen. Und ich fliege runter, oder auch nicht, denn ich habe einen großen Skill. Oh Gott! Ja, aber wie... Ah, meine Güte! Jetzt lasst mir bitte den Stern, dankeschön. Oh Gott, ey, was für ein Horror hier. Der Horror-Dietz hoch. Gut, damit haben wir ja das Thema jetzt, äh, damit abgeschlossen. Mehr, glaube ich, Salk, jetzt... Also, mit Mischik dazu nicht erwähnen. Wenn noch irgendwas ist, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, oder sonst... Ihr könnt ja die Kommentare gerne benutzen. Äh, jetzt wird es aber lange mit der Zeit ein bisschen uns zu konzentrieren, weil sonst schaffen wir, glaube ich, den Sprung hier nicht. Ja, genau deshalb. Witzig. Das scheint hier echt nicht so einfach zu sein. Oh Gott, und ich laufe natürlich in einem Geist rein. Nee, nee, nochmal, nochmal, Lofik, nicht rein spiel. Das sehe ich jetzt. Aber wie komme ich jetzt am besten da unten entlang? Eigentlich muss ich ja direkt springen, wirbeln und... Durchlaufen. Meine Güte. Wisst ihr, weil... Hier unten, denn... Oh, hochwirbeln. Sehr gut. Nice, Luigi. Meine Güte, ey, sind die Sterne schwer. Also, wie gesagt, die Warnung von euch, dass die Sterne jetzt extrem schwer wären. Die sind real. Und ich sehe den Stern auch über uns, aber ich komme da gerade nicht ran, weil... Ich habe nichts gesagt. Der war aber sehr easy. Beschweren kann ich mich auf jeden Fall nicht, dass das Spiel zu einfach ist. Also, das dürfte ich auf jeden Fall nicht. Aber ich dürfte mir auch nicht beschweren, dass es zu schwer ist, weil ich habe wurde vorgewarnt von euch. Ihr habt mir, wie gesagt, extra in den Kommentaren hinterlassen, dass ab jetzt... Nachdem die grünen Sterne halt da waren, die schwere Partei des Spiels kommt und wahrscheinlich auch noch viel, viel schwieriger wird. Weil jetzt haben wir ja hier erstmal nur den Mittelteil. Problem ist, wie komme ich denn jetzt hier ran? Oh, was? Buhu, du dreckst Ding! Alter, ich... Ich kam da nicht mehr durch, Big Buhu. Ist zu dick, Junge! Ganz ehrlich, Big Buhu, speck mal ab, Junge! Du dreckerst überhaupt gar nicht. Dankeschön. Das war jetzt nicht der schwerste Stern. Und ich bin durch Lücken gefallen. Ich bin wieder in Lückenrutscher 2.0. Grünster... Grünster... Oh, nein! Ich habe den Grünster verpasst. Warum? Junge, der ist hier in der Rutsch und man muss... So rutschen. Ganz ehrlich, wie soll man das Feuer wissen? Oder was? Hab ich das im Kopf? Nee, hab ich nicht. Ich hoffe, dass das Grünster... Ich hör das doch hier. What the hell? Wo soll denn das sein? Ich hör das so laut wie noch nie. Kann aber nicht Bowser, die Statue sein. Nee. Hä? Ich seh's. Oh Gott. Yo! Ich bin drauf gelandet. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht hab. Oh, ich seh... Habt ihr das glitzern gesehen? Ich ja. Und warte mal. Dann machen wir mal kurz einen Checkpoint. Es ist nicht weit von hier. Oh mein Gott. Das war ein geiler Move. Dieser 5 cm, Millimeter Move. Der wäre war mega. Alter, Leute. Ich seh schon beide Sterne. Ich seh's. Ich seh's. Ich seh. Ich habe null Leben. Ha. Ich glaub, ich werd hier ein Game Over starten. Oder ich krieg's mal mit Skill hin. Komplett durchzus... Äh... Durchzusliden. Ja, mit Skill, sagte der Mann. Nee, man kann von Ecken bis Ecken springen mit Luigi. Luigi hat insane Sprungkraft, du. Jetzt mal ohne Joke. So holt man sich den ersten Stern. Peng. Boom. So, da ich so smart war und vorhin gestorben bin... Man macht natürlich ein, äh... Sehr smarter Base. Oh mein Gott. Boah, ey. Oh, Nase jucken. Alter, schlittert Mario. Mach nicht so ein Ding. Äh, Luigi. Alter, was ist das denn für eine Welt, Brudi? Bis heute ist es nur meine favorite Welt of Doom. Oh, und wir müssen, glaub ich, auf den Gelm rauf, oder? Oh, Bruder. Ist dein Ernst, ey? Da gibt's ein so'n Vieh, weißt du? Oh, aber Juck, binne. Guck mal, der Silberstern freut sich auch da drüber. Hört ihr das? Ihr hört das doch, oder? Ich hör's auch. Oh, mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist das denn? Oh mein Gott, was ist das denn? Ja, nee, ist klar, ne? Dann probieren wir das jetzt nochmal. Aber was ist das denn? Wir müssen jetzt hier... Was ist das für ein Kackst-Stern, Junge? Wer hat den platziert? Junge, ist das doch nicht dein Ernie, oder was? Oh, Alter. Schlitter, Luigi, ne? Du mieses Stück hast mich darüber geschubst. Ich hasse Gummas. Meine Güte, wenn ich jetzt so ein Gumma in meinem Leben sehen werde, werde ich sie alle in Pilzgulasch verwandeln. Komm mir her, ihr kleinen Pilzgulasch. Darf ich jetzt diesen dreckigen Kästchen-Stern haben? Ich bin auf ihn draufgerollt. Was ist das denn? Alter, ich gehe gleich nochmal Game Over. Oh, nee. Oh, nein. Alter, war das anstrengend. Oh, da hinten ist er, da hinten ist er, da hinten ist er. Yeah, da habe ich ihn. Den Kettenhund. Grün-Stern. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nein. Leute, das habe ich auch noch nicht geschafft, von hier hinten das Ding zu treffen. So, jetzt werden wir das ja wohl packen, den Dulli-Bärt dort hinten weg zu hauen und uns den grünen Stern zu schnappen. Ganz ehrlich, also, die Sterne sind hier so verdammt schwer, dass ich die einfach vom Blickwinkel her nicht treffe. Ich bin irgendwie blind manchmal dafür. Bis da, damals hätte ich das so einfach haben können. Ganz easy hätte ich um die Gegner ganz vorne weg gehauen. Aber, nope, das wollte nicht. Und irgendwo hier ist der Grünsternig gehört. Oh, natürlich, da. Steil. Und geil. Das war ein Fotofinish. Oh mein Gott, das hätte schon eine Schroße gehen können, aber wir haben es trotzdem. Alter, war das knapp. Alles klar. So, damit haben wir den letzten Stern für Welt 3. Ich hoffe, Leute, euch hat es gefallen, dieses kleine, aber feine, schwere Grünstern sammeln. Beim nächsten Mal werden wir Welt 4 sehen und dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wie gesagt, lasst gerne eine Bewertung. Daumen, nicht zu verpassen, abonniere Kanäle, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. 天in.